Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Zu Gast ist bei mir heute Matthias Freitag und er wird uns ein bisschen was über das neue Kepler-Museum erzählen. Matthias, bist du eigentlich selber aus Regensburg? Nein, ich bin tatsächlich nicht aus Regensburg, obwohl das vielleicht viele Leute glauben. Aber es sind, lass mich kurz nachdenken, 40 Jahre. Okay, so ein klassischer Fall übers Studium. Aber so alt bist du doch noch gar nicht. Naja, da reden wir jetzt nicht drüber. So ein klassischer Fall, übers Studium hergekommen und dann hängen geblieben, genau. 40 Jahre, okay. Du machst ja auch relativ viele Stadtführungen, du hast ja auch das ein oder andere Buch geschrieben. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist dein absoluter Lieblingsort in Regensburg? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Regensburg ist eine tolle Stadt, ein Ort, den ich extrem schön finde. Persönlich ist der Dörnbergpark, Kultur und Natur, gute Kombination. Auch gleich bei mir um die Ecke, insofern passt das ganz gut. Aber ansonsten gibt es in der Altstadt tausend Sachen. Und nachdem wir uns da dann später ausführlicher unterhalten werden, muss ich tatsächlich sagen, das kleine, aber feine Kepler-Museum, das hat es mir schon auch seit vielen Jahren angetan. Gut, dann frage ich anders. Was sollte jeder, jeder mal in Regensburg gemacht haben? Was jeder mal gemacht haben sollte. Einen Spaziergang um die Altstadt rum von den Grünanlagen aus. Am besten so in der Zeit Frühling, wenn noch nicht zu viele Blätter an den Bäumen sind, weil man da ganz andere Einblicke in die Altstadt kriegt, als wenn man immer auf den üblichen Wegen unterwegs ist. Und meinst du, du würdest uns deinen Geheimtipp noch verraten? Geheimtipp? Geheimtipp, Geheimtipp. Leider ist es inzwischen nicht mehr so einfach, da raufzukommen. Was ich immer total toll fand, ist das Ostentor. Aber aus baulichen Gründen ist es zurzeit leider nicht möglich, da rauf zu gehen. Aber wer mal irgendwie die Gelegenheit hat, vielleicht ergibt sich einmal die Möglichkeit, das wäre ein Geheimtipp. Okay. Ich behaupte ja in jedem Podcast, jeder, jede ist verliebt in diese Stadt, sobald er mal hier war. Aber gibt es für dich was, was in Regensburg noch fehlt? Ja. Lauter schwierige Fragen. Vielleicht erleichtert es dir, wenn ich dir sage, vom Hundegassige-Park bis hin zum Kongresszentrum hatten wir schon alles dabei. Ja, also ich finde, die Stadt ist halt in den letzten Jahren, wenn ich jetzt für diese 40 Jahre, die ich selber überblicken kann, Revue passieren lasse, hat sich schon immer facettenreicher aufgestellt. Das muss man ganz klar sagen. Also so auf die Schnelle wird mir echt fast nichts einfallen. Wie gesagt, wir haben jetzt in der Museumslandschaft sehr viele neue Impulse. Wir haben Kongresszentrum, hast du angesprochen und so weiter. Kultur breit aufgestellt, Nachtleben, weggehen. Ja, also ist das okay, wenn ich sage, ich bin jetzt eigentlich erst mal wunschlos glücklich? Ja, klar ist das okay, wunderbar. Na gut, dann auf zum Dokument Kepler, neu eröffnet. Und was genau ist das Kepler-Museum und welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also es geht, wie der Name schon sagt, um eine Person, einen Johannes Kepler. Den kennen vielleicht manche vom Schulunterricht. Vermutlich wenn, dann wird das bei den meisten eher so ein bisschen, oh Gott, das habe ich damals schon nicht verstanden, Sterne, Astronomie. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass der Kepler ein Reißer ist bei vielen Leuten. Aber es ist doch eine Persönlichkeit, wo man meistens den Namen schon mal gehört hat. Wissenschaftler, Astronom, Mathematiker vor 400 Jahren. Zeitgenosse von Galileo Galilei, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Als die Erde noch eine Pizza war. Als die Erde, genau. Da sind wir genau bei diesen Diskussionen. Was ist die Erde? Wie bewegt sich die Erde? Sonne um die Erde, Erde um die Sonne, Planeten und so weiter und so weiter. Also eigentlich Basics in der Astronomie, die, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, gar nicht so schwer zu verstehen sind. Weil es geht dann noch nicht um schwarze Löcher und Dinge, die einem heute so ein bisschen Schwierigkeiten machen beim Verständnis. So, dieser Johannes Kepler hat ein bewegtes Leben geführt, war darauf angewiesen, dass ihn irgendwelche Leute unterstützen. Bei seinen Forschungen hat deswegen nicht an einem Ort gelebt und ist im Laufe seines Lebens mehrmals in Regensburg vorbeigekommen. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was hat ihn denn nach Regensburg geführt? Also er hat hier nie richtig gewohnt, hat hier nie richtig gearbeitet. Es sind Besuche, die können vielleicht schon mal ein paar Wochen dauern, aber es sind dennoch Besuche. Und das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil der Kepler, wie gesagt, beruflich nichts mit Regensburg zu tun hat, wohntechnisch nichts mit Regensburg zu tun hat. Auch von seiner Herkunftsfamilie nichts mit Regensburg zu tun hat. Eigentlich kommt der Kepler aus dem heutigen Baden-Württemberg. Da gibt es ein Geburtshaus in dem kleinen Städtchen Weil der Stadt, ein Museum über Kepler. Also das wäre jetzt eine weite Geschichte. Da spielen persönliche Dinge rein. Der Kepler hat zum Beispiel an seinem ersten Arbeitsplatz in Graz als junger Mann, da war er Schullehrer, hat an der dortigen Schule den Schularzt kennengelernt. Die haben sich angefreundet und das war ein Regensburger. Und der ist dann kurz danach nach Regensburg zurückgekehrt, um als Arzt wieder in seiner Heimatstadt zu wirken. Und die beiden sind in Verbindung geblieben und haben sich dann wahrscheinlich auch besucht. Und ich stelle mir dann immer so vor, die Leute werden damals auch noch anders getickt haben als heute, wenn ich ein Arzt in Regensburg bin. Und ich kenne einen Kepler, der war ja ein paar Jahre später nicht mehr Schullehrer in Graz, ein kaiserlicher Hofmathematiker in Prag. Und der kommt mich besuchen, den zeige ich doch rum in der Stadt, oder? Also da würde ich doch nicht sagen, du bleibst bei mir daheim, sondern da würde ich doch ein bisschen rausgehen und sagen, da schaut mal, hier Kepler kenne ich. Und das wäre so für mich der Grund, weswegen es wahrscheinlich passiert ist. Das lässt sich nachweisen, dass der Kepler dann auch andere Regensburger kennengelernt hat, die er dann bei anderen Besuchen wiederum besucht. Und so entsteht dann Netzwerk. Dann gibt es mal die ganz praktische Überlegung, dass wenn man sich mal anschaut, wo der Kepler gewohnt hat, gearbeitet hat. Graz habe ich schon gesagt, Prag habe ich schon gesagt. Und dann käme noch Linz ins Spiel, das sind so die drei großen Kepler-Städte. Und was ich auch schon erwähnt habe, er kommt geburtsmäßig aus dem heutigen Baden-Württemberg. Wenn ich mir die Landkarte anschaue, wenn ich von Graz mal einen Heimaturlaub mache, wenn ich von Linz einen Heimaturlaub mache, wenn ich in Prag einen Heimaturlaub mache, komme ich immer zwangsläufig durch Regensburg durch. Und da habe ich Freunde sitzen. Also das sind so die Dinge, wo sich halt einfach ein gewisser Freundeskreis herausbildet bei Kepler. Politische Dimension könnte man noch mit einbeziehen. Kepler war ja Protestant, arbeitet und lebt in katholischen Ländern. Das ist damals nicht ganz einfach. Und Regensburg war eine evangelische Stadt. Also es könnte auch eine Rolle gespielt haben, dass er hier so eine Art sicheren Hafen, wenn es kritisch wird, gesehen hat. Er kommt ja dann tatsächlich in den letzten Jahren seines Lebens noch in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs rein, wo das wirklich wichtig wird. Also es gibt, es ist nicht in einem Satz zu sagen, es gibt verschiedene Faktoren, was der Kepler mit Regensburg zu tun hat. Dann frage ich gleich anders, ja bitte. Das ist vielleicht insofern wichtig, weil wir wollen ja eigentlich immer noch aus unserem Museum hinaus. Bei einem dieser Besuche im Jahr 1630, der auch nur zehn Tage gedauert hat, hat er sich wiederum bei einem seiner Freunde einquartiert und ist während dieses Besuches immer kränker geworden. Er hat vermutlich auf der Reise sich eine Erkältung zugezogen. November 1630 würde auch passen, vom Wetter her. Und das verschlimmert sich vermutlich zu einer Lungenentzündung. Und dann stirbt er. Und jetzt ist es doch ganz gut, dass wir da schon ein bisschen ausführlicher geredet haben, weil es gibt natürlich Leute, die sagen, also das ist ja jetzt wirklich keine Riesen-Story. Dieser mehr oder weniger zufällige Tod Keplers in Regensburg, das Haus existiert noch. Das ist das Haus, in dem seit Jahrzehnten es ein Museum über Kepler gibt, um das schon mal gleich auf den Punkt zu bringen. Aber man könnte natürlich sagen, mein Gott, Kepler und Regensburg. Aber wenn man sich die Vorgeschichte ein bisschen mit anschaut, dann darf man es zwar einerseits nicht übertreiben, aber andererseits ist es auch nicht so, dass da nichts zu erzählen ist. Also es gibt eine jahre-, jahrzehntelange Verbindung Keplers zu Regensburg und zu Regensburgern. Und insofern fügt sich diese Geschichte, dass er am Schluss dann auch hier war und da gestorben ist, irgendwie auch in diese Regensburg-Connection ganz gut ein, finde ich. Also man kann schon was erzählen zu dem Thema. Meine Frage wäre gewesen, welche Bedeutung hat Johannes Kepler für die Stadt Regensburg und die Wissenschaftsgeschichte? Also für die Wissenschaftsgeschichte eine enorme Bedeutung, vielleicht kommen wir da später nochmal darauf. Und für die Stadt Regensburg natürlich einerseits die Tatsache, dass er mit dieser Stadt zu tun hatte. Andererseits muss man aber auch sagen, es gibt einen konkreten Moment in Keplers Leben. Da wäre er oder da ist er eigentlich dann doch von Linz, wo man ihn nicht mehr haben wollte, nach Regensburg umgezogen mit Frauen und Kindern, aber eben nicht geblieben. Und das zeigt auch die Grenzen von Regensburg damals. Es gibt halt zum Beispiel noch keine Uni. Es gibt keine finanzkräftigen Sponsoren. In der Zeit, von der wir reden, geht es Regensburg nicht so gut. Diese mittelalterlichen Glanzzeiten sind längst vorbei und offensichtlich gibt es in Regensburg keinen Bedarf damals an einem genialen Wissenschaftler. Jetzt kann man die ganze Geschichte umdrehen. Es hätte sein Netzwerk gegeben, er hätte Freunde gehabt, er hätte Anknüpfungspunkte gehabt, aber es hat nicht funktioniert. Und deswegen ist er dann wieder weitergezogen. Also es zeigt die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des damaligen Regensburg. Okay, also Kepler hier gestorben und dann hat man sich in Regensburg gedacht, machen wir ein Museum. Oder was war der Grund, dass man in Regensburg sagt, wir machen ein Museum, dem Kepler zu ehren oder ein Dokument sogar. Und seit wann gibt es dieses Museum? Eigentlich hat man sich zunächst mal gar nichts gedacht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass man dem Kepler ein ordentliches Begräbnis in Regensburg organisiert hat, mit Anwesenheit von ein paar Promis aus dem politischen Bereich, in den Kepler hinein Verbindungen hatte. Stichwort kaiserliche Mathematiker, Regensburger Freunde. Also da wissen wir, das war nicht so, keine Ahnung, fällt mir jetzt ein, was weiß denn ich, Begräbnis von Mozart irgendwo in einem Massengrab. Also es war zwar ein Ortsfremder, aber dadurch, dass er eben kein kompletter Ortsfremder war, also ordentliches Begräbnis, Grabstein, alles gut. So und dann kommt aber die Zeit, wo man das total vergisst. Der Grabstein wird wenige Jahre nach Keplers Tod im Dreißjährigen Krieg bei einer Zerstörung des Friedhofs, auf dem Kepler bestattet worden ist, vernichtet, verschwindet und dann hat man überhaupt nichts mehr in Regensburg. So und jetzt muss man eigentlich sich wundern, dass es bei ein paar vermutlich gebilderte Leute sicherlich nicht das einfache Volk über Generationen eine Erinnerung an diese Story gegeben hat, dass die Heckstorm ist. Und zum Beispiel, ganz wichtig, um 1800 rum kommt ja auf einmal die Initiative, da wo dieses Grab nicht mehr existiert. Also wir reden jetzt von 1800, das sind fast 200 Jahre später, das heißt, da müssen Leute noch gewusst haben, da gab es mal ein Grab und wo das war, auf welchem Friedhof, da stellen wir jetzt ein Denkmal auf. Also das Ältere über Kepler, über die Erinnerung an Kepler, was wir heute in Regensburg haben, ist nicht das Museum, das ist das Kepler-Denkmal in der Nähe des Bahnhofs. Bahnhofs gibt es 1800 noch nicht, Maximilianstraße gibt es nicht, wir sind außerhalb der Stadtmauern, da war der Friedhof. Und vor dem Friedhof, den gab es nämlich damals auch noch, vor dem Friedhof hat man das Kepler-Denkmal hingestellt. Die Umgebung hat sich später verändert, aber die Location, die Positionierung ist fast die gleiche wie damals. Und dann gibt es halt ein paar Leute, die so langsam weiterforschen und dann im 19. Jahrhundert findet ein Regensburger Heimatforscher heraus, dass man in einer Straße in der Nähe der Donau, deswegen hieß die auch Donaustraße, gleich zwei Häuser identifizieren kann, eindeutig identifizieren kann. Das eine war das Haus, in dem er nach dem Umzug von Linz mit der Familie am liebsten geblieben wäre, woraus nichts geworden ist. Das ist das sogenannte Keplersche Wohnhaus. Das ist das am Eck, oder? Kepler-Straße 2 und schräg gegenüber, Kepler-Straße 5, das ist das Haus, wo er seinen letzten Besuch gemacht hat und dann gestorben ist. Also wir haben in der Donaustraße zwei Häuser identifiziert und daraufhin hat man die Donaustraße dann schon mal gleich in Kepler-Straße umbenannt. Und so heißt sie heute noch. Also es wäre auch so ein Erinnerungsding. Und irgendwann kommen dann Erinnerungstafeln an die beiden Häuser, die kann man heute noch sehen, so mittelverschnörgselte alte Schrift. Also das ist auch 19. Jahrhundert, dass man das mal markiert hat. So. Und der nächste große Schritt ist dann schon in der Nachkriegszeit und da kommt jetzt die Geschichte rein. Also wenn man über das Museum redet, merkt man, man kommt auf viele spannende Themen in Regensburg. Wir sind jetzt in den 50er Jahren. Das heißt, wir sind in der Zeit, als Regensburg, als eine der wenigen Städte in Deutschland, nicht vom Krieg zerstört worden war. Nicht die Altstadt. Das, was heute ja die allermeisten Leute toll finden im Tourismus, unser Alleinstellungsmerkmal in weiten Kreisen. UNESCO-Welterbe Regensburg, alles wunderbar. Hat man ja in den 50er Jahren genau andersrum gesehen. Was sollen wir mit dieser Altstadt nur anfangen? Wie soll das saniert werden? Keiner will da wohnen. Es ist alles total am Hund. Es gibt damals keine Fördergelder. Es gibt aber auch keine Expertise. Wie mache ich eine Stadt, eine Altstadt oder eine Altbausanierung? Wer ist hier firmen können an sowas? Also man war wirklich ratlos, dieser Altstadt mit tausend historischen Gebäuden gegenübergestanden. Und weil halt der Zustand von Teilen der Altstadt immer schlimmer geworden ist, hat man dann Mitte der 50er Jahre an einer Stelle, nämlich in der Kepplerstraße, angefangen zu sanieren. Die Stadt Regensburg. Damals gibt es keine Privatsanierung. Das Stadt Regensburg hat gesagt, an der Stelle muss jetzt was passieren. Und das waren fünf Häuser nebeneinander und eins davon ist das Sterbehaus Kepplers gewesen. Okay. Und da gab es damals einen Museumsdirektor, Kulturreferenten, der also mehrere Funktionen in einer Hand hatte, den Dr. Walter Boll. Der ist heute durchaus auch ein bisschen umstritten, weil der war schon in seinem Amt gewesen in der NS-Zeit. Und da gibt es natürlich Verstrickungen und problematische Seiten. Aber jedenfalls war der ein Geschichtsfan, der offensichtlich, ich meine, das ist jetzt weit vor meiner Zeit, schätze ich ja schon lange Zeit in Regensburg, aber den habe ich auch nicht mehr erlebt. Und der also offensichtlich in einer Zeit, wo man mit Geschichte und Vergangenheit und Pflege von solchen Sachen ganz wenig anfangen konnte, gerade in Regensburg, das als eine der wenigen erkannt hat. Und der hat dann dafür gesorgt, dass im Rahmen dieser Gesamtsanierungsmaßnahme in der Kepplerstraße, wie gesagt mehrere Häuser, dieses eine Haus nicht von einem Wohnhaus in schlechtem Zustand zu einem Wohnhaus in saniertem Zustand umgebaut wird, wie die anderen. Weil auch dieses Haus war zu dem Zeitpunkt noch ein Wohnhaus. Okay. Und die Nachbarhäuser auch. Sondern er hat gesagt, das machen wir anders, das wird im Rahmen der Sanierung anders saniert, nämlich so, dass wir ein Museum bekommen. Und das war dann, Fertigstellung 1961, das Keppler Gedächtnishaus. Okay. Das ist das Museum, was wir jetzt in den letzten Jahren nochmal saniert haben, weil es einfach eine lange Zeit unverändert, mehr oder weniger unverändert dargestanden hat. Und um dem neuen Museum dann auch einen etwas zeitgemäßeren Namen zu geben, Keppler Gedächtnishaus, das schreibt sich schon so ewig lange, haben wir halt gesagt, Dokument Keppler. Weiß ja in Regensburg bereits so eine Serie von Dokumenten gibt, Dokument Neumfahrplatz, Dokument Schnupfterwagfabrik, Dokument Niedermünster. Also, wenn ich das kurz sagen darf, das sind praktisch Orte, wo Besucherinnen und Besucher was sehen können, wie in einem Museum, aber halt nicht einfach eine Sammlung, die man irgendwo gesammelt hat, sondern an einem authentischen, dokumentarischen, originalen Ort. Okay. Also, ich bin im Dokument Schnupfterwagfabrik nicht in einem Museum, wo Schnupfterwagfabrik ausgestellt werden, sondern ich bin in Räumen einer stillgelegten ehemaligen Schnupfterwagfabrik. Authentisch drin. Okay. Und bei Keppler bin ich eben in dem original erhaltenen, weitgehend original erhaltenen Sterbehaus Kepplers drin. Was finde ich im Dokument Keppler oder letztendlich vielleicht dann doch eine Art Museum? Hast du vielleicht einen groben Überblick über die Exponate oder was? Ich meine, es ist ja jetzt jahrelang saniert worden. Was erwartet mich da? Also, wir versuchen da auf begrenzten Raum, das Haus ist nicht groß, ein paar Aspekte unterzubringen. Und das eine, was ich jetzt angesprochen habe, das war auch im alten Museum bereits greifbar und sollte greifbar sein. Das haben wir auch wieder mit in unser Konzept einbezogen. Wir wollen nicht nur über Keppler reden, sondern wir wollen auch das Haus darstellen. Und das ist natürlich dann bei einer Museumseinrichtung eine große Herausforderung. Ein Museum heute sollte haben interaktive Stationen, Medientechnik, also moderne Elemente, dass man das in Einklang bringt mit der alten Hauseinrichtung, der sogenannten Raumschale, also dass eben da alte Fachwerkwände, alte Holzdecken, alte Treppenaufgänge, alles ein bisschen verwinkelt und verschachtelt, ja auch noch vorhanden ist. Ich muss sagen, dass unser Planungsbüro, das für die Ausstellungsgestaltung Innenarchitekt zuständig war, namhaftes Büro aus Berlin übrigens, März, März Berlin, also tolle Leute, die das mit viel Gefühl gemacht haben. Es ist also gelungen, das alte Haus deutlich sichtbar zu lassen. Trotzdem ist es auch gelungen, eine super moderne, ich möchte an manchen Stellen was sagen, futuristische Ausstellungsarchitektur unterzubringen. Also daran merkt man, dass das Büro aus Berlin echt Profis sind. Ja, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, das ist so jetzt ein Museum in Anführungszeichen, wo man sich gern hinbegibt, auch mal irgendwie in so diesem Hängestuhl reinflaggt. Es hat was Cooles, es hat was Futuristisches und trotzdem sind auch die Fans von dem alten Haus zufrieden, dass das gut gelungen ist, auch das alte zu belassen. Und wir haben an einer Stelle im Erdgeschoss dann auch ein paar Informationstafeln aufgehängt, die die Hausgeschichte dokumentieren, also Ebene 1, das Haus, Ebene 2, Kepler. Da kann man jetzt vielleicht sagen, gibt es grundsätzlich, wir haben uns bereits darüber unterhalten, gibt es natürlich grundsätzlich zwei unterschiedliche Ebenen, die wir aber auch beide unterbringen wollten. Das eine ist, was hat der Kepler mit Regensburg zu tun? Also das wird behandelt. Er kommt dahin aus verschiedenen Gründen. Er hat ja einiges vor bei dem Besuch, er wusste ja nicht, dass er sterben wird. Gehaltsverhandlungen mit dem Kaiser, Arbeitsplatzsuche, also eigentlich ganz wichtige Dinge in seinem Leben, die alle obsolet geworden sind, weil er dann gestorben ist. Aber das, wie gesagt, weiß er gar nicht, als er sich auf die Reise macht. Also die Gründe, die ihn nach Regensburg führen, das, was da passiert ist, Krankheit, Tod. Dann haben wir Dokumente vom Nachlass Keplers, einfach um zu dokumentieren, da gibt es in Regensburg was. Dann habe ich vorhin angesprochen, Kepler wird in Regensburg bestattert. Vielleicht darf ich die Geschichte schnell erzählen. Ich hatte erzählt, dass Keplers Grab nur wenige Jahre überlebt hat, wegen der Zerstörung des Friedhofs im Dreißigjährigen Krieg. In diesen wenigen Jahren hat jemand erstaunlicherweise die Inschrift auf der Grabsteinplatte abgeschrieben, auf ein Stück Papier. Und dieses Stück Papier ist erhalten geblieben. Das hat irgendwann mal irgendein Kepler-Forscher gefunden. Das hat nichts mit Regensburg zu tun. Das Originalpapier ist auch nicht in Regensburg, aber es gibt dieses Originalpapier. Und das ist wie ein Notizzettelfetzen. Also das macht an sich überhaupt nichts her. Ist natürlich lateinisch, kein Mensch versteht es. Handschriftlich, keiner kann es lesen. Und das haben unsere Mediengestalter zu einer Medienstation umgearbeitet, wo man halt aus diesem Notizzettel was einigermaßen Großes auf so einer Stähle produziert. Und wenn ich davor stehe, dann wird das eben ein bisschen interaktiv, dass also bestimmte Dinge aus dem lateinischen Text dann ins Deutsche übersetzt werden und ins Englische, weil wir zweisprachig sind. Und dann wird das kommentiert und dann kriege ich eben so ein paar Informationen. Mein Grabstein enthält ja Informationen, was weiß ich, Berufsbezeichnung des Verstorbenen, Lebensdaten. Und in Keplers Fall ist noch dabei, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht zu umständlich wird, also zu langwierig. In Keplers Fall ist noch dabei, dass er steht auf dem Grabstein drauf. Offensichtlich, als er noch gelebt hat, seinen eigenen Grabspruch bereits im Kopf vorformuliert hat und den wohl irgendwo aufgeschrieben hatte, also steht auch der Grabspruch mit sozusagen einer Lebensbilanz Keplers da drauf. Also man kann diesen Grabstein, den es, wie gesagt, seit kurz nach Keplers Tod nicht mehr gibt, man kann den wieder zum Sprechen bringen mit Aussagen über Kepler. Und das zum Beispiel in Gestalt einer Medienstation. Eine coole Sache. Also da bin ich wirklich, wie ich das das erste Mal fertig gesehen habe, extrem beeindruckt gewesen. Ich glaube, das kommt auch gut an. Also Kepler und Regensburg. Und dann natürlich, das liegt in der Natur der Dinge, obwohl das mit Regensburg nichts zu tun hat. Ich muss es nochmal sagen, haben wir natürlich auch versucht, den Leuten zu vermitteln, ja und warum ist der Kepler überhaupt wichtig? Und dann sind wir halt beim Bereich Astronomie, Beobachtung, Auswertung, Erstellung von Tabellenwerken, die berechneten Positionen der Sterne enthalten. Warum macht man das? Weil damals die Navigation über die Ozeane eine präzise Orientierungshilfe braucht. Da spielen dann die drei Kepler-Gesetze rein, der Schrecken aller Schüler. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn sich jemand an Kepler erinnert, meistens mit eher unangenehmen Gefühlen, weil in der Schule wohl dann die Kepler-Gesetze dran kamen. Aber man kann die natürlich versuchen, einigermaßen runterzubrechen, dass es ein Nicht-Astronom auch versteht. Ich scheine es offensichtlich verdrängt zu haben, wenn du sagst gar nichts. Ja, manche verdrängen es. Aber viele erinnern sich auch noch dran. Aber wie gesagt, nicht mit guten Gefühlen. Und dann muss man aber auch bedenken, dass der Kepler nicht nur im Bereich der Astronomie unterwegs gewesen ist. Der hat sich Gedanken gemacht über mathematische Rechentechniken, über Optik. Es liegt ja auch nahe, wenn ich Sterne beobachte, mir Gedanken zu machen, was funktioniert eigentlich beim Sehvorgang im menschlichen Auge. Dann werden ja damals die Teleskope, die Fernrohre entwickelt. Wie funktioniert sowas? Also das spielt damit rein. Erstaunlicherweise, das wusste ich auch lange nicht, hat der Kepler mit der linken Hand mal zwischendurch eine Wasserpumpe erfunden, die in leicht abgewandelter Form, aber so vom Grundprinzip her, heute noch als Ölpumpe in Autos verwendet wird. Okay. Also das sind dann so ganz überraschende Dinge, wo man auf einmal merkt, hey, das hat ja auch was mit heute zu tun. Man muss natürlich dazu sagen, auf dem Platz, den wir zufügen hatten, ist es möglich, da nur Hinweise zu geben. Schwerpunkt war die Astronomie, die anderen Bereiche haben wir versucht mitzuerwähnen. Also sozusagen, wofür steht der Kepler eigentlich? So, und da kommt jetzt noch unser letzter Aspekt rein, weil wir uns von Anfang an gedacht haben, das hat ja auch an ganz vielen Stellen Teleskop, Beobachtung, oder auch das mit der Ölpumpe, das hat ja auch was Praktisches. Und in einem Museum bin ich ja letztendlich dann doch unterwegs und schaue mir Sachen an, alte Sachen, don't touch, in Vitrinen, blöd. Und deswegen sind wir jetzt, die Eröffnung war ja schon Anfang Februar und wir werden jetzt in diesem Jahr, Konzept steht schon, Finanzierung steht schon, die Leute arbeiten schon dran, also es ist nicht am St. Klingerleinstag, es wird in diesem Jahr passieren, einen bisher noch leeren Raum im Haus zum Science Lab, also zum Wissenschaftslaboratorium ausgestalten. Und das ist dann do touch und mach was und hands on und diese ganzen Begriffe von heute. Also, dass man dann einfach auch die praktischen Seiten von Wissenschaft, Astronomie hauptsächlich, aber nicht nur, durch ich probiere mal was aus, ich fasse mal was an, ich zerlege mal ein Teleskop, natürlich ein nachgebautes, kein originales und schaue, ob ich es wieder zusammenbringe, solche Sachen. Das ist also auch noch ein wichtiger Teilbereich, der demnächst kommen wird. Jetzt hast du ja schon erzählt, Architekturbüro und hast du nicht gesehen. Jetzt ist es aber so, von städtischer Seite waren ja die Maria Lang vom Kulturreferat und du maßgeblich beteiligt an der Neukonzeption. Was war dir beziehungsweise euch besonders wichtig an diesem neuen Museum, dass es nicht ein altbackenes Don't-Touch-Museum wird? Also, ich habe es gerade gesagt, dieses Science Lab, das war von uns gesetzt. Wie es dann im Einzelnen ausschaut, da haben wir dann auch Unterstützung und Expertise bekommen. Aber die Idee, dass man sowas haben sollte, war gesetzt. Witzigerweise kann man das schon dadurch begründen, dass es in dem alten Museum, das also von den 60er Jahren gemacht worden war, einen Schnitt gegeben hat, drei Etagen Museum, und ganz oben hatte man damals eine Hausmeisterwohnung eingerichtet. Und die war halt so im Stil der 50er Jahre, quadratisch praktisch gut, abgehängte Decken, Resopalwände dazwischen und nicht in dem Ambiente des historischen Gebäudes mit Holz und Balken und so weiter. Also, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, diese simple Wohnung. Und da haben wir eben gedacht, diese Simpelheit und dass da eben nicht historischer Bestand drin ist, das hat ja auch was Befreiendes. Also, da könnte ich ja auch ein bisschen das Rumspinnen anfangen und eben so Mitmachstationen oder was aufbauen. Also, auch dadurch, dass dieser eine Raum so anders ist als die anderen, hat sich das angeboten, da was anderes zu machen. Und das war so die Initialzündung für dieses Science Lab. Dann war uns ein Anliegen, aber da mussten wir einfach auf unser Gestaltungsberuf vertrauen, weil wir können sagen, das hätten wir gerne so, aber wie, das wussten wir auch nicht, diese Verbindung von Alt und Neu, damit das eben einerseits, ich meine, das Haus ist ja auch komplett denkmalgeschützt, dass das erhalten bleibt, aber trotzdem die Ausstellung ein bisschen Pfiff hat. Und dann kommen wir auf noch einen Aspekt, den ich mit Transparenz immer versuche, auf den Punkt zu bringen. Ich habe ja, muss man dazu sagen, ich habe ja in den 40 Jahren, die ich in Regensburg jetzt bin, nach dem Studium, eine ganze Reihe von Jahren das alte Kepler-Museum betreut. Mit Führungen und Besucherempfangern und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe ja miterlebt, wie das Haus funktioniert und dass halt Leute fast täglich gekommen sind. Also man findet euch ja kaum und das hängt halt einfach damit zusammen, das ist mir irgendwann auch klar geworden, das Haus ist halt nicht als Museum gebaut worden. Also ich denke, das Museum der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt, das findet jeder, weil dieses Gebäude sagt, komm, besuch mich, hier bin ich. Während ein Wohnhaus in einer Reihe mit anderen Wohnhäusern, da ist vorne eine Tür, wenn ich die zumache, ist das einfach nur eine Fassade. Und wir haben Denkmalschutz in Regensburg, da kann ich ja nicht so wahnsinnig dran ändern. Und trotzdem ist es uns gelungen, in Absprache mit Denkmalschutz und Gestaltungsbeirat und allen, die in Regensburg da mitzureden haben, natürlich auch Nachbarschaftsbeteiligung, an den beiden Seiten, über die man in dieses Haus reinkommen kann, Nordseite und Südseite, entscheidende Verbesserungen anzubringen, sodass von beiden Seiten das Haus deutlich, deutlich mehr wahrgenommen wird als vorher. An der Seite zur Kepplerstraße, wo man immer schon ins Haus gekommen ist, haben wir schlicht und ergreifend eine alte Holztür durch eine Glas-Stahl-Konstruktion ersetzt. Natürlich unter Bewahrung der Holztür, die ist halt jetzt einfach zwei Flügeltüren offen, 24-7, aber sie ist halt nicht wegschmissen worden, also die Türflügel sind da, als denkmalgeschützte Objekte, sie hängen sogar in den Angeln, also sie sind nicht irgendwo anders, in situ, wie der Fachmann sagt, aber sie sind halt funktionslos, weil davor eine Glasflächentür ist und die funktioniert wie anderswo Schaufenster von Geschäften, dass ich halt einfach, wenn ich vorbeigehe, sehe, was ist denn da drin eigentlich? Dann haben wir eine tolle Keppler-Büste inszeniert, beleuchtet, mit einem goldenen Vorhang dahinter, dass das auch so ein richtiger Hingucker ist. Also wenn man an der Straße vorbeigeht, merkt man, da ist was. Und dann hoffen wir halt, dass der eine oder andere sagt, oh, was ist denn das? Und stehen bleibt und reinschaut und dann weiß man, was Sache ist. Und was eigentlich wirklich ein Quantensprung war, ich muss es so sagen, das ist die andere Fassade, die vorher eigentlich die Rückseite war, zum Scheugässchen hin. Dort haben wir etwas machen müssen. Jetzt kommt der nächste Aspekt. Die Gesamtmaßnahme, über die wir uns jetzt schon die ganze Zeit unterhalten, ist großzügig von der EU gefördert worden. Und wenn ich so eine großzügige Förderung kriege, dann gibt es da natürlich auch Auflagen. Auflagen und eine der zentralsten Auflagen war, das ist heute einfach so, 100% Inklusion. So, und ich habe vorhin schon mal erwähnt, innen drin ein verwinkeltes, altes Haus mit historischen Treppen. Völlig undenkbar, an den Treppen was zu ändern, völlig undenkbar da drin einen Aufzug zu bauen. Und es gibt ja Vorbilder, also da haben wir jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden, dass man bei so denkmalgeschützten Gebäuden, wenn unbedingt ein Aufzug sein muss, und der musste sein, dass man den außen macht. Und das war eben diese Rückseite. Und die Rückseite ist aber eigentlich in Regensburg besser angebunden an die Stellen, wo in der Stadt die Musik spielt, also Heidplatz, Rathausplatz. Und dann war also die Idee von uns beiden, der Maria Lang und mir, als sozusagen den städtischen, also ich will nicht sagen Entscheidern, aber die, die das eben von der städtischen Seite, von der musealen Seite betreut haben, zu sagen, wenn da eh was gebaut wird, vielleicht können wir dann einen Tick mehr bauen als nur einen Aufzug, sondern einen neuen zusätzlichen Eingang. Und das ist dann auch architektonisch ganz gut gelungen. Da muss ich jetzt ein großes Lob aussprechen, muss nicht, will, möchte ein großes Lob aussprechen, unserem zweiten Architekturbüro, Wandel-Werch-Götze-Wacht aus Frankfurt, die sich also mit dem Thema Architektur beschäftigt haben und die aus der Idee, wir brauchen einen Aufzugsturm und wir brauchen einen Eingang, einen Wow-Effekt geschaffen haben, einen Anbau mit einem geschwungenen Viertelkreisbogen, den man sozusagen Verbindung bringen kann mit, Kepler beschäftigt sich ja mit der Berechnung der Planetenbahnen, kreisförmig oder ellipsenförmig. Also dieser Schwung an der Südfassade, am Neubau an der Südfassade, hat schon was mit Kepler zu tun, ist aber natürlich auch ein Hingucker, weil das eine Form ist, die in der Altstadt an der Stelle ganz ungewöhnlich wirkt und eben auch wieder Aufmerksamkeit generiert. Und dort befindet sich eben dann der barrierefreie Eingang, der gleichzeitig auch der Haupteingang ist. Das hat ja auch was mit Inklusion zu tun. Ich meine, wenn ich nur einen Aufzug baue und dann aber sage, der Haupteingang ist voll. Ach so, und jetzt kommt einer mit Rollstuhl, der muss dann hinten rein, ist auch nicht cool. Verstanden. Also es ist jetzt eigentlich wirklich auch Inklusion zu Ende gedacht, dass die Leute, die auf die Inklusion zutrifft, eben auch bei dem Eingang reingehen, wo man halt reingeht, wo alle reingehen. Und also dadurch ist es wirklich gelungen, da sind wir jetzt relativ weit vom Thema Ausstellung entfernt, aber ich finde das schon auch wichtig für die Aufwertung des Hauses, das für Leute zu öffnen, die im alten Gebäude nicht die Chance hatten, reinzukommen. Also es war für mich erst vor wenigen Wochen ein durchaus emotionaler Moment, wo ich dann den Inklusionsbeauftragten der Stadt Regensburg, der ja auch seit Jahren in Regensburg anwesend ist, das Haus mal vorgestellt habe und der so ganz nebenbei gesagt hat, ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben in diesem Haus drin. Also das ist ja schon cool. Und das Gleiche eben noch in Kombination mit einer Aufwertung des Hauses, Stichwort Transparenz, Eingänge, Wahrnehmbarkeit. Also das waren so die Themen, die uns beiden, danach hast du ja gefragt, am Herzen gelegen haben. Okay. Jetzt haben wir ja schon gehört, Inklusion, es soll für alle zugänglich sein. Jetzt würde mich natürlich interessieren, für wen ist dieses Dokument oder dieses Museum geeignet? Ist es jetzt eher für Geschichtsbegeisterte, Astronomiebegeisterte? Kann ich mit dem Hands-on auch mit Kindern reingehen? Oder wem empfiehlst du das Museum? Also wir haben tatsächlich versucht, versucht, möglichst breite Zielgruppen anzusprechen. Also ich würde jetzt mal sagen, auch von der Art der Beschriftung her, von der Art der Erklärungen her, ist das Haus definitiv nicht nur für Astronomen und Physiker. Okay. Wir haben ein paar Stationen eingebaut, wo vielleicht der absolute Kepler-Freak dann auch zufriedengestellt wird. Das muss man ja auch bedenken, weil es kommen dann ja vielleicht Leute, die sagen, das ist zu einfach gestrickt. Also natürlich, es ist so, dass es verständlich ist für viele Leute. Ich habe vorhin auch schon was von Englisch erwähnt. Wir haben also auch an die internationalen Besucher Regensburgs gedacht. Wir haben einen Audio-Guide, der bei uns nicht, wenn man ihn haben möchte, ausgegeben wird, sondern mit einem Eintrittsticket, weil bestimmte Elemente im Haus nicht über eine angeheftete Bestriftungstafel funktionieren, sondern eben über den Audio-Guide. Und der Audio-Guide hat Deutsch, Englisch, aber er hat auch Gebärdensprache, weil es eigentlich kein Audio-Guide ist, sondern Medien-Guide, also eigentlich eine Art Smartphone mit einem Display. Das heißt, ich kann auch Gebärdensprache vermitteln. Wir überlegen, das haben uns die Medientechniker gesagt, dieser Medien-Guide ist unbegrenzt nachrüstbar, dass wir vielleicht auch einfache Sprache machen oder auch andere Sprachen. Wir haben oder wir werden vor allem in dem Science Lab Stationen machen, die auch für Kinder geeignet sind. Da werden natürlich vermutlich Kinder-Schulklassen eine ganz wesentliche Zielgruppe sein, wobei ich auf der anderen Seite immer, wenn wir uns über das künftige Science Lab unterhalten, sage ich immer, ja Moment, die Erwachsenen werden da genauso rumspielen wie die Kids. Also das ist sehr logisch. Aber das wird halt was sein, wo man vor allem mit Kindern in Schulklassen arbeiten kann. Ja, also wir wollten kein Spezialmuseum machen. Über Medienstationen, interaktive Stationen haben wir schon geredet. Es soll ein möglichst breites Publikum ansprechen, weil der Kepler eh so ein Nischenthema ist, wollten wir das nicht auch von unserer Seite aus begrenzen, sondern schauen, wir versuchen möglichst vielen was zu bieten. Also was mir noch im Kopf geblieben ist, das ist echt gar nicht so einfach, das umzusetzen. In so einem begrenzten Museum wollen wir Leuten was bieten, die sagen, ich habe maximal 20 Minuten. Die sollten rauskommen und sagen, ja, ich habe was begriffen. Und wenn einer sagt, okay, um 10 Uhr machen sie auf und um 16 Uhr machen sie zu. Ich habe den ganzen Tag eingeplant. Solltet ihr auch genug zu tun haben, um sechs Stunden da sein zu können. Und ich glaube, das haust schon hin. Das Schöne am Podcast mit dir ist, du greifst immer allen Fragen vor. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie viel Zeit sollte man einplanen? Also jetzt gibt es passend zum Besuch natürlich auch eine Führung, aber grundsätzlich, wie viel Zeit sollte man einplanen, wenn man sich das Dokument Kepler anschauen möchte? Also wenn ich jetzt weder von der ganz raschen Seite bin, noch eben jemand, der einen Tag mit Kepler verbringen möchte, würde ich jetzt mal sagen, eine gute Stunde. vielleicht noch ein bisschen Tick hinten dran gehängt, wenn das Science Lab mal fertig ist. Aber ich glaube, mit einer Stunde, mit einer guten Stunde kann man schon was anfangen. Also wie gesagt, das Haus ist von der Fläche her nicht sehr groß. Das finde ich eigentlich, ich persönlich finde das gut. Ich bin immer völlig erschlagen, wenn ich in ein Museum reinkomme und sehe, oh Gott, Raum 20, Raum 25. Auf so einem Übersichtsklan, da habe ich überhaupt keine Lust mehr. Aber also das ist bei uns nicht so. Es ist nicht winzig, aber es ist überschaubar. Und ich denke, die meisten Besucher werden sich so ein paar Sachen rauspicken. Und wie gesagt, gute Stunde. Vielleicht kurz zu den harten Fakten. Was kostet denn so ein Eintritt ins Dokument Kepler? Wir sind da bei den Preisen, also das Dokument Kepler ist Teil, das kam jetzt glaube ich so ein bisschen schon raus, Teil der Familie, wenn ich das sagen darf, der Museen der Stadt Regensburg. wird also von der Stadt Regensburg betrieben und dementsprechend haben wir uns einfach an die gängige Praxis, an der orientiert. Öffnungszeiten 10 bis 16 Uhr von Dienstag bis Sonntag und Feiertage Eintritt 5 Euro regulär und 2,50 Euro ermäßigt. Okay. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, eine zusammenfassende Frage. Warum sollten sich RegensburgerInnen und Gäste dieses Museum oder das Dokument Kepler auf gar keinen Fall entgehen lassen? Grund 1 Tolles altes Haus. Grund 2 So kann Museum auch sein, gestalterisch. Grund 3 Der Kepler ist eigentlich ein cooler Hund gewesen. Okay, wunderbar. Das glaube ich fast sehr gut zusammen. Zum Schluss von unserem Podcast spielen wir immer noch ein Spiel, die Regensburger Gretchenfrage. Ich nenne zwei Dinge und du entscheidest spontan aus dem Bauch raus, zu was du tendierst. Ganz einfach, nachdem du ja fast oder dein ganzes Leben hier warst, ist das für dich Pille Palle. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Valhalla. Bismarckplatz oder Neu-Pfarrplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Dez. Herzogspark oder Dörnbergpark? Dörnbergpark. Nab oder Regen? Regen. Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. Badeweiher oder Donau? Badeweiher. Westbad oder Wörpbad? Wörpbad. SSV Jahn oder Eisbären? Jahn. Kriserspitz oder Jahninsel? Jahninsel. Bezahlen bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag? Samstag. Irish Harp oder Murphy's Law? Irish Harp. Pustet oder Dombrovski? Pustet. Und Dombrovski. Sorry. Pustet und Dombrovski. Akzeptiert. Aufstehen oder Snoozen? Snoozen. Altstadt oder Stadt am Hof? Stadt am Hof. Kaufhof oder Horten? Horten. Scharivari oder Gong FM? Gong FM. Knacker oder Kipferl? Knacker. Süßer oder Schafersenf? Süßer. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus der Flasche. Astronomie oder Astrologie? Astronomie. Aussicht Sternwarte oder Dreifaltigkeitsberg? Sternwarte. Geheimtipp. Last but not least. Führung oder ein Museumsbesuch? Führung, natürlich. Matthias, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Gerne, danke mir auch. Ich freue mich auf dieses neue Dokument Keppler. Es sieht von außen schon super, super spannend aus. Ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal ins Museum zu kommen. Vielen Dank dir. Danke dir, dass ich bei dir sein konnte. Und ja, ich kann mich dem nur anschließen. Keppler Haus unbedingt mal anschauen. Alle wichtigen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.